hallo und herzlich willkommen zurück zu sacred gold edition letztens hatte ich ja also vor zwei jahren ungefähr wie dieses projekt überhaupt gestartet und jetzt bin ich hier und habe das feuer element geholt und das luft element oder was das war keine ahnung schon ein bisschen länger die ganze geschichte wie ich das gespielt habe das problem war früher hätte einfach kein bock mehr weil es gab ja so ein bug der das weiterspielen verhinderte die hauptquest war total verpackt das erste mal das zweite mal dann auch wieder also das erste mal war eine wüste wo er dann trinken holen sollte und das irgendwie nicht geschafft haben und das zweite mal war dann mit dem luft element wurde die seraphim also wo sich das dann ganze hoch und runter switcht ein hatte also das war auf dem anderen kanal auf dem früheren und jetzt bin ich auf neuen kanal und hier mache ich setzt endlich zu ende es geht natürlich und ich freue mich wahnsinnig dieses projekt endlich fertig zu stellen weil damals fand ich es echt schade und hat auch irgendwie kein keine motivation mehr weiter zu spielen und habe mich jetzt dazu beredet dieses spiel weiter zu spielen ja wir sehen direkt sind der zwerg und ich habe noch eine sache herausgefunden wenn du die linke maustaste gedrückt hält kräfte ununterbrochen an das war mir nie richtig klar und deswegen habe ich an manchen stellen echt gefällt gut wir müssen ja noch skillen muss erst mal wieder reinkommen über inventar das ist klar können sachen selber einschmieden jetzt fragt sich der andere warum hast du so viele heiltränke das ist das ist halt so portal ohne seraphim statu kann man eigentlich wegschmeißen und habe ich halt gesammelt die ganze sache weil man die in die waffen schmieden kann die höllenfurcht dämonen und so weiter gut wir haben vier skill punkte handel axt kampf ist das eine axt zählt das als axt hier waffenkunde konstition das ist auch gut und hier müssen natürlich in stärke investieren ganz klar die stärke ist immer im vordergrund 114 das besondere war immer oder habe ich ja sollte man sie ja wieder mitnehmen müssen erst mal gucken ob wir ablangen müssen erst mal ein bisschen einspielen merkt ihr was ok jetzt ist er tot die karte warte mal ich muss erst mal checken was hier los ist hier konnte man so ein bisschen gucken so wir sind jetzt hier wir müssen aber hier hin von dort aus seht ihr mal hier hinten ist jetzt die quest die elemente ankarias und wir müssen jetzt uns hier hin porten und dann hier rüber laufen und hier unten müsste glaube ich schon das finale sein oder so ich habe ja keine ahnung das ist ja auch irgendwas besonderes zu sagen diese sachen das können wir uns ja alles nachher angucken wenn wir in borkunen mode angekommen sind weil hier oben ist ja auch noch irgendwas hier oben waren wir auch schon und das hier oben das ganze zeug gehört zu sacred underworld und so groß ist die karte gar nicht hinten ist ja auch noch irgendwas gut aber wir müssen jetzt erstmal hier runter von der von dem ganzen gebiet deswegen gucken wir mal wo es war da vorne ich bin echt glücklich dieses projekt endlich weiter spielen zu dürfen und natürlich hat sich der kommentarstil ein bisschen geändert bis von daher ich bin ein bisschen ruhiger geworden aber vielleicht ändert sich das ja bald kennt ihr noch die goblins die mit so schnippel das war einfach das beste im ganzen spiel oder im wald scheißen gehen kennt ihr doch das so im wald scheißen gehen einfach grandios das spiel und dann sagt er komm her du wir kämpfen nicht gegen die weil wir einfach zu gut für die sind jetzt ist die frage muss ich ne den kriegst du heute nicht den aschenbecher kannst du den ohrkopf benutzen meinen gibts nicht meinen ohrkopf kriegst du nicht was ich hier besonders kacke finde ist zum beispiel das und ja so wir können direkt weiterlaufen gegenstände interessieren uns nicht wir sind voll ausgerüstet und ja das spiel steuert man direkt nur über maus der hat eine vergiftete lanze ich natürlich auch irgendwas denn überhaupt sind gegen gift resistent ich bin nicht früher auf diese auf diese dinge und eingegangen weil ich das nie gecheckt habe ist der jetzt gegen feuer resistenz oder gegen feuerschaden jetzt greift doch mal an hier oha wir müssen nach oben laufen ne nach links ach stimmt ja warte mal müssen da können eigentlich geradeaus weiterlaufen und dann genau laufen einfach geradeaus weiter weil da müssen wir ja nicht hin wir müssen ja nur oben hin die banditen sie sind überall denn ich bin auch überall die banditen waren immer so ein bisschen nervig so genau und ich habe ja damals gesagt wir machen keine nebenquests mehr weil wir das spiel schnell fertig stellen wollen es hat sich inzwischen ja alles geändert so die motivation und mal gucken wie es so laufen wird die alten quests nehme ich nicht an weil ich habe nur bis ungefähr bis zum feuer element gespielt und dann habe ich das spiel nie wieder gespielt also es ist so gesagt halb blind das spiel und ich halte eh nicht so viel von irgendwelchen titel beschreiben wo du zum beispiel blind rein schreibst oder so das ich weiß nicht ich finde es einfach passt einfach nicht in den titel rein also wo war das jetzt da Burkorn mut Burkorn mut Wir sind da wir decken uns natürlich mit vorräten ein gucken was das so hat einen eine bauchkolle 440 816 8 oh zieh mal einer an guck mal was wir da haben da können wir sogar was einschmieden das ding holen wir uns direkt mal So, die Seraphim-Statur kann man auch Verscherbeln Portal-Rune Ja, wir behalten sie einfach mal Und Der Ring, der ist auch nicht gut, oder? Ja, den kann man auch weg Nein, nicht den Nicht den Drank Äh, hab ich Okay Doch nicht den falschen Verkauf Jetzt schauen wir mal nach Zwergenrüstungen Was haben wir denn da noch so? Zwergenstahl Plus 2 Physische Waffe Plus 12 Mhm Dann nehmen wir eine Achso Eigentlich kann ich noch mehr bei mir tragen Dann machen wir das so Verkaufen wir das 812 Das ist natürlich jetzt doof Pass mal auf Ja, ich hab einen Trick Pass auf Wir schließen das jetzt mal Pass auf Und dann Schmeißen wir einen Hammer einfach hier hin Und kaufen uns Ist das jetzt das Richtige hier gewesen? Kaufen uns einfach das Kommen wir jetzt So das Ziehen das direkt an Und gehen weiter einkaufen Und derzeit Die Kate Oder Die spawnt auf Nicht das nicht 222 Eine neue Rüstung Müssten wir auch noch kaufen Aber ich weiß nicht Wie das hier läuft Ich war ja bis jetzt Zufrieden mit dem Was ich hatte 242 Die Werte ändern sich ja Wenn ich das ablege 242 Ach, das können wir später gucken Gut, haben wir jetzt noch irgendwelche Sachen Handschuhe vielleicht noch 57 Aha Das sind Handschuhe Und das sind Ähm Special Move Angriffstempo Plus 9 Und der Gürtel Plus 20 Hm Komm, wir holen uns die Handschuhe Und Die sind für Level 37 Die sind für Level 33 Ich weiß nicht Komm, wir verkaufen das wieder Irgendwie bin ich nicht dafür Aber auch nicht dagegen Wir hatten eigentlich Das war eigentlich besser Deswegen Behalten wir einfach das Was wir hatten Na gut Wir können uns noch ein paar Ach, wir brauchen Keine Heilsringe Wir haben so viele Gut, was macht die 690 Schaden Die Bauernkeule Jetzt pass mal auf Die Bauernkeule hat 3 Slots Eine roten Und zwei graue Was das bedeutet Weiß ich leider nicht Auf Angriff Was hat die Geschwindigkeit Muskete Wir können ja mal Alle Sachen verkaufen Die wir ja nicht mehr brauchen Gegen Dämon Gift Schaden Aha Stufe 32 36 Dann Würde ich gerne Diesen Hammer nehmen Aber da müsst ihr Erstmal ein paar Sachen Reinschmieden Wo haben wir denn Hier den Den Schmied Gibt es hier überhaupt Den Schmied Ja Tatsächlich Der ist hier unten Gut Dann gehen wir erstmal Zum Schmied Und schmieden uns Etwas tolles Der weiße Punkt War glaube ich Meine Kiste Wenn ich mich nicht täusche Genau Da können wir jetzt mal Bei dem Händler Nochmal gucken Was gaffst du denn so blöd Ich gaff ja gar nicht Ich kaufe nur einen Ähm 256 Hört mal genau hin Was die im Hintergrund Immer sagen Das ist Gleis das euer Dorf Ich will hier nur Einkaufen Mann Ich kaufe nur einen Ich kaufe nur einen Freunde Ich will Ich tue euch nix Ich bin nur ein Zwerg Wenn ihr Rassistisch seid Dann 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 werde ich böse Ja Ich benehm mich doch Benehm du dich doch Erstmal Du Idiot Benehmt euch Ich kann dir auch immer was sagen Benehmt euch Idiot Benehmt euch So ein Idiot Ehrlich Er sagt er mir immer Ich soll mich benehmen Aber selber Benehmt er sich nicht Die Frage ist jetzt Wie komme ich nur da runter Ach da ist noch ein Ausgang Aber warum ist das Schmied Außerhalb der Stadt Den haben wir letztens Ja vor Ungefähr ein Jahr Zwei Jahren fertig gemacht Und der liegt heute noch da Und die Seele Äh Hat ein Bug Die äh Kommt nicht raus So ne Die Die hängt da einfach fest Wie ein Stück Ein Stück Felsen Und wir kommen zum Schmied Und wir kommen zum Schmied Was ist jetzt Ja vor